Ich hab mir gedacht, dass es ganz gut wird und dann hab ich Zeit gemacht. Zeit für einen wirklichen Schuss. Okay. Start der Störblätter. Gerät ist platziert. Sacheldraht ist ausgelegt. Einfluss präferiert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. AVS ist platziert und abzuhalten. Die Position der Geisel ist sicher. Zieh rein, AVS. Der Stachelrad ist verlegt. Gerät ist platziert. Zugangssperre angebracht. 20 Uhr raus. Zugangssperre gelegt. Die Geisel näher aufhalten. Die Geisel entdeckt. Keine Sorge mehr wegen der Garnaten. Die Geisel entdeckt. Was ist das? Die Gegner haben die Geisel entdeckt. 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 eigener Druck wurde eliminiert die Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Die Wand ist fertig. Störsender einsatzverein. Nur noch 10 Sekunden. Gegner Drohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Nur noch 5 Sekunden. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Einsatzbereit. Abüberhalten. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Die Geisel ist fertig. Okay. Ich lade nach! Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sicher. Wand befestigt! Barrikade in Position! Zeit zusammenzupacken. Zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Achtung! Die Gegner haben Sichtkontakt zu Geisel. Gerät scharf gemacht. Tür im Auto behalten. Störsinnere aktiviert. Tür ist sicher! Herzschlagsensor aktiviert. Wenn die sich abseilen, erleben Sie eine Überraschung! Tür ist sicher! Tür ist sicher! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020